Servus liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir zum einen die Division Rivals Belohnungen aus Division 2 am Start. Zudem gibt es das 3er Team of the Week Pack zum neuen Team of the Week aus den 4 Champions Belohnungen. Und noch das ein oder andere SBC Pack. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go! Ja und wir starten heute rein mit den SBCs, die neu am Start sind. Das ist zum einen Philipp Kostic, die man ungefähr für 30.000 Coins machen kann. Wer die machen möchte. Für ein Bundesliga-Team ist sicherlich ganz okay die Karte. Ich persönlich, für mich ist sie jetzt nix. Also ich werde die Karte nicht abschließen. Genauso wie den Bernardo Silva, den wir jetzt schon länger haben. Politano, das sind alles so Karten, die ich nicht brauche. Von daher werde ich die auch nicht abschließen. Weil wir immerhin noch in der Road to Glory sind und ich muss auf meine Coins achten. Und will dieses Jahr auf jeden Fall so viele Coins wie möglich flüssig haben. Also nicht in Untrades, nicht in irgendwelchen SBC-Karten. Ich mache wirklich nur die SBC-Karten dieses Jahr, die ich auch wirklich haben will in meinem Team. Und die ich auch wirklich oft und regelmäßig spiele. Wie zum Beispiel Fikir, der jetzt schon lange in meinem Hauptteam ist. Die SBC, die wir heute aber machen wollen, ist die Last-Minute-Siegtor-SBC. Dort kriegen wir nämlich einen seltenen Goldpack, einen 25k-Pack. Und ja, was wir hier brauchen, sind maximal 5 Spieler aus einer Liga, maximal 4 aus dem selben Verein. Mindestens eine Goldkarte, mindestens 10 seltene Spieler, 70er Teambewertung und 90 Chemie. Ihr seht, ich habe hier ein fast komplettes Japaner Team gebaut. Hatte einige Spieler schon im Verein, einige seltene. Die musste ich dann nicht kaufen und musste eigentlich dann nur die Silber-Spieler kaufen. Der hier hat 300 Coins gekostet, Kagawa 450 Coins. Der hier 400 Coins. Die goldenen seltenen habe ich für 800 gekauft. Der hier kostet 700, hatte ich aber schon im Verein und musste dann abstoßen, weil ich ihn doppelt hatte. Und dann habe ich hier einfach noch einen Link für unseren Japaner reingepackt aus der portugiesischen Liga. Und ja, damit haut das hin auf 90 Chemie. Ihr müsst natürlich schauen, weil hier habe ich natürlich jetzt ein paar Spieler mit Loyalität verwendet. Genau zu sagen 1, 2, 3, 4, 5. Also wenn ihr das 1 zu 1 so nachbaut, wird das bei euch nicht funktionieren. Ihr müsst dann wahrscheinlich die Flügelspieler umwandeln zu RS und LS. Und hier einen Innenverteidiger hinstellen, damit es bei euch funktioniert. Also nicht diesen LV kaufen. Einfach dann einen seltenen Innenverteidiger kaufen, der nicht in der japanischen Liga spielt. Ganz, ganz wichtig. Oder einfach einen seltenen Torhüter und dann hier einen non-rare Japaner aus irgendeiner anderen Liga. Oder ihr nehmt einfach irgendeine andere Nation. Wie gesagt, es gibt viele Nationen, die ihr da verwenden könnt. Schottland, was weiß ich, England, Frankreich. Am besten nicht die Top-Nationen, nehmt irgendwie, was weiß ich, Holland oder Belgien. Dann sollte das auf jeden Fall hinhauen. So, wir schicken das ab. Lang genug gelabert, so schwer ist die SPC jetzt auch nicht. Wir nehmen die mit. 25k-Pack, tauschbar sogar. Also sehr, sehr geil. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Team-of-the-Week-Pack. So, wir gehen rein in das Team-of-the-Week-Pack. Premium Team-of-the-Week-3. Geige Team-of-the-Week-Spiele aus dem aktuellen Team der Woche. Ich kann euch das Team-of-the-Week auch nochmal ganz kurz zeigen, wenn wir das hier schon sehen. Ist auf jeden Fall ein geileres Team der Woche als letztes Mal. Wir haben Gulashi im Tor. Wir haben Upamecano. Wir haben Alaba am Start. Wir haben hier Smith-Rowe, der wird wahrscheinlich nicht so viel wert sein. Wir haben Mason Mount am Start. Auch der wird wahrscheinlich nicht so sonderlich viel wert sein. Aber wir haben noch einen Salah am Start. Also auf jeden Fall ein paar Karten, die zumindest ein bisschen was wert sind. Nicht so wie letzte Woche, wo ja eigentlich gar keiner wirklich was wert war. Von daher würde ich sagen, wir drücken die Daumen, dass heute was Geiles am Start ist. Unser erster geiler Team-of-the-Week-Spieler vielleicht. Let's go. Wir machen das Ding einfach auf. Komm, ein Salah wäre doch mal geil. Bitte gönnen, bitte gönnen. Das wäre Tadic. 85, nee 86. Gut. Ja, der wird auf jeden Fall Futter sein für SBCs in Zukunft. Also nicht so sonderlich viel wert sein. Aber Alaba könnte noch dahinter sein. Upamecano könnte auch noch dahinter sein. Schauen wir mal. Upamecano wäre geil. Bitte, bitte, bitte. Ja, schade. Oliver Torres und Tarimis sind dahinter. Ja, und damit war es das auch schon wieder komplett, würde ich sagen. Gut, da kriegen wir wahrscheinlich 20k dafür, für den. Aber ansonsten werden die beiden hier auch nichts wert sein. Von daher würde ich sagen, wir nehmen die erstmal mit dem Verein. Und weiter geht's mit den anderen Packs. Gut, und jetzt kommen wir zu den Belohnungen aus Division Rivals. Jetzt Rang 2, Division 2, Rang 3. Ich komme da immer noch durcheinander. Mittlerweile bin ich in Division 2 angekommen. Ziel ist es auf jeden Fall, für nächste Woche noch Division 1 zu erreichen. Da werde ich auf jeden Fall noch Gas geben. Und dann ist die Saison ja auch schon bald zu Ende. So, jetzt gucken wir aber erstmal, was wir hier am Start haben. Wir haben hier in Option 1. 51k Pack, ein seltener Elektromspieler Pack, 600 für Champions Punkte und 1000 Münzen. Äh, 10.000 Münzen, das labere ich. Ist eine Option, die ich auf jeden Fall in Erwägung ziehe. Wir haben hier 52k Packs untauschbar, also sehr, sehr viele Untrades. Dazu 22.500 Münzen, also 12.500 Münzen mehr als in Option 1. Und hier haben wir die zwei 50k Packs untauschbar, wie in Option 2. Das seltene Elektromspieler Pack wie in Option 1 als tauschbar und 5000 Münzen. Also, was Packs angeht, Option 3 auf jeden Fall das Beste. Und hier das Tauschbare halt. Also hier können wir alles verkaufen, was wir ziehen. Und haben noch 10.000 Münzen am Start. Das ist echt immer, für mich, muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Schwierig sich da zu entscheiden, was jetzt die richtige Wahl ist. Nimmt man hier die Coins mit und die untauschbaren Packs. Oder macht man hier das Mittelding. Oder nimmt man wirklich die Option 1 mit den tauschbaren Packs. Aktuell sind das sehr wenige Spiele wirklich was wert. Aber wenn man natürlich was geiles zieht, denkt man sich natürlich, wenn ich jetzt einen Timo Werner oder was ziehe aus dem Road to the Knockouts Team. Der wäre ja 900k wert und wenn ich den nicht verkaufen könnte, wäre mega scheiße. Also muss man sich wirklich überlegen. Ich nehme heute die Option 1 mit den tauschbaren Packs. Und dann gucken wir mal, hoffen, dass was geiles dabei ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Packs mal an. So, wir starten rein mit der SBC Pack, was wir am Anfang vom Video gemacht haben. Gucken wir mal rein, was hier drin ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Kriegen wir heute einen Walkout. Es wäre natürlich geil, aber hier geht es schon mal los mit David de Gea. 84er Rating. Ist jetzt nicht das Beste. Was haben wir dahinter vielleicht noch? Irgendwas geiles? Nö. Also Trikots stoße ich immer ab, weil die bringen 480 Coins. Also solltet ihr auf jeden Fall auch machen, falls ihr die nicht verwendet, diese Planen oder was weiß ich. Braucht eigentlich kein Mensch, bringen aber 500 Coins knapp. Also auf jeden Fall die definitiv abstoßen, falls ihr die nicht verwenden wollt. Ich nehme dann immer einfach nur die Duplikate, also beziehungsweise die Untradables und verwende die fürs Stadion und die anderen stoße ich dann einfach ab. So, nächstes Pack. Seltener Elektrom-Spieler-Pack. Let's go. Wir gucken mal, ob wir hier einen Walkout am Start haben. Nö. Okay, nicht mal ein Bordspieler. Es wird Paulista. Ja, 82er, okay. Da wird jetzt auch nichts dahinter sein, was hier irgendwie uns die 20k wieder zurückbringt. Äh, die 12k, die wir für Option 2 gehabt hätten. Ja, das ist Trash gewesen, das Pack, würde ich sagen. Damit kommen wir auch schon zum letzten Pack fürs heutige Video, dem 50k-Pack. Mal gucken, ob das gönnt. Ich hoffe es natürlich. Vielleicht endlich mal ein brauchbarer Trail-Able-Spieler wäre sehr, sehr geil. Komm schon, gönn doch mal was. Nee, es wird wieder kein Walkout. Es wird erneut, wie gerade eben schon, im seltenen Gold-Pack. Es wird wieder Carlos Vela. Ja, was sollen wir dazu sagen? Immerhin in Form am Start. Äh, aber ansonsten eigentlich ein komplettes Abstoß-Pack. Den in Form werde ich auch abstoßen. Den Rest, würde ich sagen, ähm, also die packen wir im Verein. Die anderen können wir eigentlich auch alle abstoßen. Bis auf vielleicht den 83er würde ich mir mal aufheben. Oder vielleicht auch Chill, weil der könnte auch was wert sein. Aber ansonsten, ähm, würde ich sagen, ja, soll es das für heute gewesen sein. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, was habt ihr gezogen in euren Belohnungen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Jules. Haut rein. Ich bin auf K lastedρω auf. Dann zack mich du schon mal. Dann geht's los. Ja. Ayrecgin. Und dann einfach, das ist das gemacht einIL paras.